Herzlich willkommen wieder mal live aus dem Humsys Filmstudio. Wie viele von euch sind bereit aus meinen Erfahrungen ein bisschen zu profitieren und was ich bei mir so getan habe oder was ich entdeckt habe und was in kürzerer Zeit für mich auch folgt. Dann dürft ihr mir jetzt gerne in diesem live folgen oder im Nachgang das dann anhören. Das Thema tut sich sehr viel, auch bei mir tut sich viel. Ich habe vor kurzer Zeit auch eine Talkrunde entdeckt. Da kann ich dann auf YouTube auch den Link reinstellen dazu. Ich werde jetzt einfach einmal hineinspringen in diese Talkrunde. Ganz kurz einmal starten hier. Ja, mit euch auch im Publikum, zu Hause auch im Livestream. Es werden immer mehr Menschen, die zu uns kommen und das ist wunderbar. Das werde ich mir natürlich dann auch reinstellen dann unten im Kommentarfeld. Da könnt ihr dann in das Thema digitales Geld einsteigen. Hat ein bisschen mit Blockchain, Krypto zu tun. Und kann ich empfehlen, diese Talkrunde geht zwei Stunden, da wird unter anderem auch das Thema angeschnitten, dass wir jetzt die Chance haben, die freie Wahl haben, unser Geldsystem oder unser zukünftiges Geldsystem zu wählen und zu entscheiden, wohin sie das Ganze entwickeln sollen. Da hat die Menschheit ein bisschen Kraft dazu, würde ich jetzt einmal sagen. Und weiter gibt es das Thema, das ich jetzt schon in den letzten Vorbereitungen oder Vorbereitungsphase bin, dann für das kommende Wochenende München. Da geht es wieder los mit dem Cashflow 101 Spieletag oder Cashflow Day, wie er auch genannt wird, wo ich wieder ein bisschen das Spiel von Robert Kiyosaki spielen werde. Da werde ich dann auch das Video wieder einmal teilen, was ich auf YouTube einmal vor einer Weile erstellt habe, wo ich das Spiel ein bisschen erkläre und warum ich diese Finanzsimulation nutze, für mich als Werkzeug nutze und mich da im finanziellen Freiheitthema weiterzuentwickeln. Und das werde ich euch wieder teilen dann. Und ansonsten bin ich auch in den letzten Vorbereitungen für meine Kanada-Reise, die ja bald bevorsteht. Da habe ich jetzt auch ein Revolut-Konto eröffnet, falls ihr schon einmal davon gehört habt. Das ist ein Neo-Banking-System, wo man dann auch ganz einfach so Euro gegen kanadische Dollar tauschen kann und sich hier auch Wechselgebühren erspart und dann einfach so mit der Karte auch zahlen kann. Also kann ich empfehlen, Revolut einmal zu probieren. Ist echt eine coole Sache, nutze ich dann auch für mich in Kanada, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, zu erleichtern. Vor allem, wenn man schon einmal irgendwo bei einem Bankomat in einem fremden Land, wie es bei mir auch war, in Uganda schon einmal Geld abgehoben hat und dann vielleicht einmal entdeckt, dass da sehr viel gebührenfällig werden könnte, dann erspart man sich da einiges in dem Bereich. Wenn man da gleich mal vorne rein das einfach tauscht und man tut es dann auch leichter, wenn man das dann auch mit seinem Handy einfach machen kann. Und das überall. Und ja, was tut sich sonst zu? Ich habe ja auch vor kurzem etwas von dem Buch Green Lights von Matthew McConaughey gepostet, wo einfach der Matthew McConaughey da ein paar schöne Zeilen in dem Buch auch drin stehen hat, wo ich da was rein geschrieben habe. Und ich finde auch, dass das einfach sehr viele Aussagekraft hat, dass wir einfach in unserer Gesellschaft unterschiedliche Startvoraussetzungen haben, wo wir eigentlich im Endeffekt gleiche Bedürfnisse haben in der Menschheit oder ähnliches wollen. Wir wollen Zufriedenheit, wir wollen vielleicht ein bisschen Spaß haben, Freude am Leben, nur kommen nicht immer alle Menschen in diesen Genuss und das braucht einfach da im Finanzsystem oder im Geldsystem einen Wandel, der einfach einmal da enorm was bewegt, etwas verändern in das Positive, dass wir auch mit unserem Planeten noch ein bisschen anders umgehen. Und da steht es auch kurz bereit, wieder ein neues Update zu geben. Und zwar wäre das richtig genial, wenn das dann jetzt steht mit der App, da man dann auch hier einen eigenen Marktplatz hat und seine Finanzen und auch gleichzeitig Umweltschutz in einem Thema hat. Und die App ist bald bereit, die auch zu nutzen und jedes Mal Krypto Cashback zu erhalten. Und das wird echt genial, wenn man das dann jetzt bald nutzen kann. Und ich bin schon stark bereit dafür, wenn das dann endlich losgeht. Und mehr oder weniger jedes Mal dann auch, wenn ich Tanken fahre oder irgendwas anderes kaufe, vor ein Gutscheinerwerbe und praktisch das, was ich im Alltag mache, auch zu einer Investition, zu einem Kryptotoken, der einfach mehr wert wird im Vergleich zum Euro. Die Woche habe ich ja auch den Klimabonus erhalten. In Österreich gibt es ja jetzt wieder den Klimabonus, wo du dir der Staat ein bisschen Geld zukommen lässt, wo sie vorher eigentlich dieses Debakel über Jahre verursacht haben, zusammen mit den Zentralbanken. Und dann geben sie dir so ein bisschen einen Klimabonus, dass sie einfach zeigen, sie geben ein wenig was her, und im Endeffekt verursachen sie da einiges. Und das ist ja eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Steinen. Also es wird Zeit, dass wir unser Geldsystem selbst wählen, in der Richtung, die es gehen soll. Und wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch diese Talkrunde an. Die dauert zwar zwei Stunden. Man muss sich das nicht auf einmal anschauen, wo es um das digitale Geld geht. Blockchain, die Freiheit, die uns das ermöglichen kann, wenn man da einfach selbst wählen kann, was man will. Und ich habe da für mich ein Geldsystem oder ein neues Geldsystem entdeckt, das ich für mich schon gewählt habe. Also ich weiß schon, in welche Richtung das bei mir gehen soll. Und in dem Sinne werde ich dann auch das Video, das ich vorher kurz gezeigt habe, dann auch verlinken. Mit dem digitalen Geld, wo es darum geht. Es ist wirklich eine interessante Talkrunde auf YouTube von Fairtalk. Ich werde das dann auch reinstellen von YouTube. Dauert zwar zwei Stunden. Und ich finde, habe das einfach genial gefunden, wie die da auf das Thema eingegangen sind. Da gibt es ja einige Dokumentationen schon auch in die Richtung. Ich habe ja auch gerade noch das Buch in der Reisen, wo es darum geht, das Trojanische Theater der Freiheit, wo einfach Bitcoin erläutert wird, was das in verschiedenen Kulturkreisen oder auf der Welt bei Menschen verändert hat. Wenn sie dann Zugang zu einem anderen Geldmittel hat, haben die es mehr an Wert gewinnt, als im Vergleich zu ihrer eigenen Währung, zum Beispiel Pesos und so weiter. Da werden viele Länder herangezogen und da auch Menschen ihre Schicksale, was sie da erlebt haben und wie dann Bitcoin ihre Situation auch in gewissermaßen ein bisschen verändert hat. Auch ihre Denkweisen und wie sie dann angefangen haben, mit dem sich auch auseinanderzusetzen. Und das ist echt ein tolles Buch. Kann ich euch empfehlen. Ich habe es dann noch nicht ganz fertig. Das Trojanische Pferd der Freiheit, das Trojanische Pferd der Freiheit, nicht Buch. Kann ich euch empfehlen, das zu lesen. Oder eben die Talkrunde auf YouTube ist auch ein cooler Anfang, weil ich befasse mich ja da schon ziemlich drei, vier Jahre mit dem Thema Krypto. Blockchain weiß schon, was da kommt, was in Entwicklung ist, was vielleicht weniger gut ist, was eher besser ist oder was man vielleicht vermutet, dass das in eine bessere Richtung geht. Man kann natürlich auch nicht alles mit hundertprozentiger Sicherheit garantieren. Nur man sieht es eben, jetzt haben wir noch die Wahl, sich vor CBDCs ein bisschen abzukehren, die wir uns ja dann auf dem Silbertablett präsentieren wollen. Wenn wir als Menschheit mehr oder weniger bereit oder soweit sind, dass sie uns soweit haben, dass uns schon so eng im Geldbörsel wird. Jetzt geben sie ja schon so Sachen her, wie Klimabonus in Österreich oder irgendwelche Bonusse, wo sich die Leute daran gewöhnen, dass sie etwas bekommen. Und mehr oder weniger von dem abhängig werden, dass sie etwas bekommen, damit sie nur gerade so über die Runden kommen. Und dann kommen sie halt mit CBDCs. In welcher Weise das dann gepusht wird oder verbreitet wird, ist eine andere Frage. Aber jetzt haben wir noch die Wahl, unser eigenes Geldsystem zu wem. Ich habe da für mich eines entdeckt, was einfach viele Themen vereint, Wirtschaft verbindet, Umwelt, Naturschutz, Tiere und da in eine Richtung geht, wenn man ein Geldsystem hat, das bei jedes Mal geben integriert hat. Dann können wir sich mal vorstellen, wenn wir das seit 10, 20 Jahren hätten, dass man jedes Mal etwas gibt, wenn man etwas bezahlt, dann wird man eine ganz andere Welt haben. Dann wird man nicht diese Naturkatastrophe, diese, nicht Naturkatastrophe, sondern diese Debakel haben, die in Afrika es hier Geschichten gibt, wo die Leute in Baracken leben und hausen, wo sich kein Europäer nicht einmal hinwagt, weil viele Angst haben, davor überhaupt nach Afrika zu fliegen. Ich weiß noch, wie es mir da gegangen ist, wenn wir das Thema angesprochen haben. Ich fliege jetzt alleine nach Uganda. Wie da manche Freunde reagiert haben. Die haben Sorge um mich, dass ich da nicht mehr nach Hause komme. Und ich habe gesehen, wie die Menschen da teilweise leben, auch mit so wenig oder aber trotzdem glücklich sind und trotzdem auch sieht, in welchen Armut die teilweise leben. Nur weil wir eine ausbeuterische Menschheit sind, die einfach nur mehr krank ist. Mehr kann man nicht mehr sagen, die ist krank. Das Gesundheitssystem oder Krankheitssystem ist krank. Genauso wie wir mit dem Planeten umgehen, das ist nur mehr krank. Und jetzt brauchen wir ein Geldsystem, das hier etwas verändert. Anders wird das nichts. Wenn wir uns auf die Staaten überlassen oder verlassen, dass die etwas besseres kreieren, dann sind wir eigentlich trauergespielt, wenn wir uns auf das verlassen. Weil man sieht, was die zusammenbringen oder wohin uns die steuern. In den Abgrund hinunter, dass Menschen anfangen zu rebellieren, Bürgerkriege, Selbstverursachungswiederkriege und das nicht seit heute. Seit Jahrtausend passiert das selbe Spiel von neuem. Man lässt das System kollabieren und baut es wieder neu auf. Oder man zerstört etwas, um das neu aufzubauen, davon auch nur zu profitieren. Das ist ja das Thema auch, eben was man gerade sieht, was da wieder passiert. Und wir brauchen da Veränderung. Und wenn es nicht wir von uns heraus machen, wer glaubt, dass das passiert, dass wir sagen, bitte stark verändert sich. Wir müssen von unten heraus diese Veränderung in Gang setzen. Anders wird das nichts. Zumindest ist das meine Meinung, meine Erfahrung. Und auch mit der Freundin, mit der Frau, mit der ich Beziehung habe in Uganda, die haben auch schon Ideen kreiert, wo sie zum Beispiel aus Bananenblätter, die sonst keinen Nutzen haben und nur weggeworfen werden, wunderschöne Taschen oder Schmuck draus machen und anderen Frauen das beibringen, die dann dadurch ein bisschen Einkommen lukrieren können. Und die verkaufen das dann weiter. Die haben so ein Skills-Zentrum gegründet in der Nähe von ihr, den Karsese, wo sie dann Frauen dieses handwerkliche Fähigkeiten beibringen und denen eine Chance geben, wo sie sonst vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie zu überleben. Die leben ja da oft teilweise von dem, was sie selbst anbauen und haben dann oft gar nicht den Zugang zu anderen Sachen. Ich habe das gesehen im Gebirge, in den Bergen, in den Revenzori-Mountains, wie die Leute da das Leben mittel in den Hängen herauf tragen, sie Stein für Stein die Sachen hofft, dass sie da ein Haus oben haben. Das sind aber nur die schönen Häuser. Wenn man da ein bisschen durch Kampala mehr durchfährt, dann sieht man mal, wie es da wirklich ausschaut in manchen Geschichten. Und das ist aber der Grund, warum passiert sowas, weil einfach die über Jahrhunderte ausgebeutet werden sind mit den französischen Kolonien und so weiter. Bereichen sie alle an ihrem Boden schätzen. Am Endeffekt bekommt man den Leuten ganz wenig an. Dann setzen sie wieder irgendwen an die Regierung nach oben, der das durch, weiterhin durchsetzt, was sie wollen. Oder schauen dafür, dass ein Sturz passiert und setzen wieder jemanden an die Macht, der das weiterführt, was sie schon vorhin hatten. Und wenn wir nicht unser Geldsystem verändern, dann wird da nichts draus, dass sie da etwas warnen kann. Und ich bin gespannt, was sie das auch mit den BRIC starten, wohin sie das entwickelt. Von der goldgedeckten Handelswährung hat man jetzt noch nicht recht viel gehört. Ich könnte auch Vermutung haben, dass das vielleicht dann in Richtung Krypto gehen wird, nachdem auch die Russen da schon gemerkt haben, wenn sie ja vor allem abgeschnitten werden von den Zahlungssystemen, was jetzt passiert. Man hat ja auch gesehen, wie sich da in der USA die Trucker, was sich da ein bisschen mal aufgeregt haben, wie es denen vor allem geht, wenn man denen Geld abdreht. Und Bitcoin, wenn du deine eigene Wallet hast, kannst du das nicht abdrehen. Außer du bist vielleicht irgendwo in einer Exchange, aber sobald du das vom Wallet zu Wallet schickst, können sie die Transaktion nicht verhindern. Also das ist gar nicht möglich. Und das ist ja eigentlich ein bisschen eine Dorn im Auge, dass es das System gibt. Deswegen bauen sie neben Brei an anderen Geschichten. Ein bisschen reguliert gehört das Ganze natürlich auch. Klar, keine Frage, wird das ja auch noch wild wettwuchs, was da passiert. Aber hört euch einfach mal diese Talkrunde an. Lest vielleicht das Buch. Schaut auf meine Webseite. Da findet ihr auch Ideen, Lösungen, was ich für mich schon gefunden habe, die mir jetzt dann über die Zeit hilft. Und seid gespannt, was dann am Wochenende wieder folgt. Mit München, wo ich dann wieder bin, Cashflow 101 spielen. Und dann in zwei Wochen, nicht mehr ganz, eigentlich nächsten Freitag geht es los Richtung Kanada. Dann werde ich da mal ein bisschen meine Füße hinsetzen. Als Österreicher mal gespannt, wie das wird. In dem Sinne wünsche ich euch auch einen schönen Abend. Und schaut euch einfach mal diese Talkrunde an. Ich werde die dann unten wieder verlinken. Und ihr könnt ihr da mal reinhauen in das digitale Geld, Blockchain. Und was die da von sich geben in dieser Fair Talkrunde. Und die haben da schon einige Interviews oder Talkrunden gehabt. Die waren wirklich cool. Und beleuchten ein bisschen andere Sichtweise, was man oft in den normalen Standardmedien nicht so hört. Sondern da wollt ihr die Leute immer in eine gewisse Richtung lenken. Und hört da von den Dingen sehr wenig. Bitcoin wurde ja auch immer tot gesagt. Und man sagt, was sich da mittlerweile daraus entwickelt hat. Und in dem Sinne macht es gut. Und schönen Abend. Um sie bewegt würde ich wohl sagen. Und Slide das, an. Nach近